hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge fallout new regas ja wir befinden uns hier in camp search light und ich brauch dringend redways gegenstände hilfsmittel 12 gut dass ich genug davon habe hier gehört der boss einer der strip familien hätte sich in blablabla licht ein auge finden sie suchen leuchten und soldaten gut durchsucht ja wie gesagt wir müssen jetzt mal hier ist auch terminals wieder mit geschütztürmen et cetera et cetera wir müssen in das polizeirevier und das scheint das hier zu sein zumindest laut marker erkennbar ist das in meinen augen eigentlich nicht und ja logan wollte hier unbedingt rein das tun wir natürlich auch wir haben einen schlüssel das ist gut einen schluck trinken und irgendwas lauert hier drin und was auch immer es ist es wird nicht lange leben sondern durchsuchen wir mal das polizeirevier um jede menge computer legt mich am arsch etwas gefunden das schien ein gefangener gewesen zu sein hier ist ein jordes 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 und soldaten google was das nach rüber und dann habe ich den einen rebound geschluckt mysteriös dieser turm auf dem strip von dem aus man meilenweit sehen kann angeblich ist er nicht mehr verriegelt dass ich überlege was ich gleich mal mache ist vor allem hier unten angeblich laufen diese roboter auf dem strip mit verschiedenen gesichtern rum oder so weiß auch nicht so genau das stimmt schon ich benutze mal diese heiligen granaten die ich gefunden habe ich war was gestört tut mir leid beim kacken erschossen ein traum ja da kommt die computer gucke ich gleich also ihr hättet ruhig mal helfen kommen können dreckssäcke auch die stühle die stühle alle haben und die tische granatenwerfer gewehr so was haben wir denn hier in k metal kiste munitione munitione alles munitione ist ja auch eine munitione kiste funkgeräte leer metallkiste sollen wir mal die heilige granate ausprobieren ich bin jetzt total neugierig ich probiere die jetzt aus den hier f5 da rüste ich mal die heilige granate aus jetzt was besonderes passiert 1 2 3 1 2 3 sehr heilig ich glaube das heilige an dem gerät ist dass die dinge mächtig bums machen aber ich dachte wir machen irgendwas besonderes ich gucke mir die noch mal an waffen heilige splitter ja gut 4 7 8 was ist eine normale granate ich habe gerade welche eingesammelt ich habe gerade welche eingesammelt ich habe gerade welche eingesammelt heilige splitter granate aber die ist auf jeden fall teuer laser zünder na steht nicht drauf wahrscheinlich muss ich die erst noch mit den jungs teilen weil es ja heiße ware ist so verschlossen leicht nochmal hacken und traitors nix 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 habe ich jetzt zwar auch nicht verstanden aber okay admin anmeldung kennwort eingeben kommunikations status außer betrieb äh äh der quartiermeister meckert schon wieder wegen fehlender vorräte und schlechter kommunikation ich sage ihm dass mit dem kommunikationssystem alles in ordnung ist und vermutlich seine zahlen nicht stimmen es scheint äh das scheint er mir aber nichts abzunehmen der blödmann wird mich vermutlich noch lange nerven bis ich entweder beweisen kann dass er unrecht hat oder einen anderen schuldigen finde damit hasse ich diesen mist gestern nacht hat der red scorpion das lager eingeschlichen ein paar von den patrouillen soldaten wisst ihr was das könnt ihr eigentlich alles selber lesen ne ich mache einfach hier maus zur seite könnt ihr pause machen selber lesen so okay das wird wahrscheinlich die bombe gewesen sein okay mit der verbindung nicht gefunden das ist nicht gut das ist auch nicht gut da steht bei jedem das gleiche wie gesagt ich werde mit dir benutzen auch windows 100 pro das ist kein dos nein auch wenn es so aussieht oh haudi haudi so logan was gibt es denn jetzt schon wieder alles mit einem rnk abzeichen das mit waffen computern und funk zu tun hat ja wieder hier ist ja alles dabei aber was wir immer noch nicht haben ist der schlüssel zum glück ne also zum zu kirche meine ich außer betrieb ok angeblich laufen diese roboter jetzt muss ich nur gucken dass ich in die kirche äh in die feuerwache komme weiß doch nicht ob logan unbedingt mitkommt ob das jetzt hier ich verstehe dieses verstehe diese mission nicht irgendwie ist die total undurchsichtig ja mit logan das polizei würde ich suchen bin ich gerade drin aber irgendwie will er sich kein bisschen bewegen so viel zur mächtigen was gibt es denn jetzt schon achso davon muss es noch mehr geben such weiter rnk ihr präsident wurde am huberstaudamm umgelegt hier soll ich weiter suchen was soll denn hier noch sein hier ist eine toilette hier ist eine totale sackgasse hier ist alles eingebrochen er testet hier jeden stuhl aus oder was du hattest nichts außer jet ein paar korken zuerst holt sich die legion nelson dann macht sie camp fordern hohblatt hier sind auch korken drin die rnk hat keine chance schreibtische computerteile super sowas suchst du doch oder funkteile sowas suchst du doch oder genau so sieht es aus kommt nk altmetall oder was ist das hier drin ein sensoren modul das bräuchte aber nicht glaube ich glaube ich will ich nicht die dinge sind immer so scheiß und schwer was gibt es denn jetzt schon seien es immer so angenervt kollege davon muss ach ey pam ist jetzt immer noch die gleiche mission jetzt hier ja was soll ich denn noch nachgucken und ja 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 ich ja ja Alter, was willst du von mir? Alter, bitte, sag es. Toilette, hier ist überall nichts drin. Was zur Hölle willst du von mir? Ich weiß es nicht. Kommuniqué, hier ist die... Ja, er setzt sich erstmal fein in die Zelle rein. Wie will die RNK Vegas beschützen, wenn sie nicht einmal ihren eigenen Präsidenten beschützen kann? Es gibt hier nicht mal eine Zelle oder sowas. Äh, beziehungsweise einen Keller, meine ich. Ich habe hier alles durchsucht, Logan. Ich habe keinem lassen Schimmer, was du willst. Sunset Abrilla. Nuka Cola, zwei Stück. Was gibt's denn jetzt? Da. Such weiter. Ich gebe dir gleich einen Schuss in Po, Alter. Ach so, okay. War das jetzt das einzige Teil, was mir noch gefehlt hat? Was gibt's denn jetzt schon hier? Aber, ich glaube, es sollte alles sein, genau. Okay, wir können weitergehen. Hier ist der Schlüssel zur Feuerwehr. Ach, jetzt haben wir auf einmal einen Schlüssel. Ach, du könntest mich echt mal... Ach, du Scheiße, was ist das denn für ein... Wo kommen die denn her? Einmal tot reicht. Obwohl er schon zweimal gestorben ist. Auto-Injektion hat gegriffen. Sehr schön. Darauf ist Verlass. Apropos Auto-Injektion. Das funktioniert nicht per Auto-Injektion. Ähm, Hilfsmittel... Right away. So, Feuerwache. Boah, sieht alles ganz anders aus, ey, in der Soße hier. Es ist dunkel. Rechtskeiler, linkskeiler. Ach, du Kacke. Von dem hier war doch die Rede, oder? Danke, Jungs. Alter Schwede. Howdy. Drecksviecher. Okay, Legionsbefehle nehme ich auch mal mit. Jetzt sind die ja ganz interessant. Ei, mir schwankt ganz Böses. Die haben hier, lass mich raten, die haben bestimmt hier irgendwie versucht, was zu bunkern. Vor den Augen der NK. Und das ging mächtig in die Hose. Und deswegen ist alles hier verstrahlt. Was? Log-Seite. Ach so. Ähm. Ne, hierhin wollte ich. Äh, sonstiges. Legionsbefehle. Ähm, die nächtlichen Patrouillen der Woche vom Camp Searchlight wird, äh, sind lückenhaft. Äh, verschaffen sie sich Zutritt zum Camp und begehen sie, äh, begeben sie es direkt zur Feuerwache. Da drin befinden sich diverse Kanister, öffnen sie, wie viele wie möglich, und machen sie dann Meldung. Ja gut, das hat sich ja dann erledigt. Hehehe. Ähm. Ähm, ja, die Dinger sind massivst verstrahlt. Ähm, aber so richtig. Feuerwehrwärmste. Ne, Feuerwehrwärmste, Feuerwehrhelden. Ich werde Feuerwärmmern. Äh, da geht sie da raus. Gut, wollte ich gar nicht. Wollte, ach nee, gut, bin ich raus. So, Logan, was hast du hier mir zu sagen? Schnauze halten und weitergeben. Ja, verstanden. Die haben die Dinger geöffnet und dann ging es mächtig in die Hose. Wenn man es hier schneller verstrahlt, als man gucken kann. Hallo. Ist der Boden nass oder was? Hört sich fast so an. Ein Computer. Verschlüsselt leicht. Dann bekommen wir bestimmt wieder ein paar Informationen. Throne. Dramage. Hier steht gar nichts. Stores. Schneller. Ey, manchmal lässt ihr das überspringen und manchmal macht ihr da nichts. Das ist total nervig. Adminanmeldung bla 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 bla. Bericht des Feueroffiziers NF Gedönse hast du nicht gesehen. Die örtliche Polizei hat diesen Morgen mehrere Laster mit Atommüll aus Sand, was? Sie haben nicht alle Details mitbekommen, hörte aber etwas von in der Nähe detonierenden Bomben und dass der Laster aus Sicherheitsgründen umgeleitet wurde. Zwei von ihnen wurden hier in der Feuerwache untergebracht. Der dritte musste weiterfahren, da wir nicht genug Platz für alle hatten. Und seltsamerweise fuhr er in Richtung Cotton Road Grove. Ich frage mich, was sie dort mit ihm vorhaben entführt. Großwahrscheinlich entführt. Mit Sicherheit. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass das eine große Scheiße war, was sie hier gemacht haben. Und die NK dran schuld ist. Definitiv. Äh, beziehungsweise Legion. Legion wollte einfach gucken, was habt ihr da? Ja, und dann, nachdem die geguckt haben, ah, da ist ja was drin, ging alles in die Luft. Und das war's. Ende der Durchsage. Nicht mit. Ende der Durchsage und das war's mit Camp Searchlight. Mit der NK, die hier stationiert war. Und ich wette, einen haben die dann mitgenommen. Einen. Einen, hier, das da. Äh. Einen LKW, meine ich natürlich. So, aber nichtsdestotrotz. Mitten in der Toilette werde ich mich jetzt erstmal bei euch verabschieden. Ähm, ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich bin mal gespannt, ob wir noch mehr von dieser Story hier erfahren. Vielleicht kommen wir noch nach Cottonwood Grove. Schauen wir mal. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bye. 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 Vielen Dank.